hallo ihr lieben willkommen zu einem neuen video von mir ja es geht wieder weiter an diesen super süßen häschen zum aufhängen und gerade hier die folie runter holen ja ich habe nicht mehr weiter gepäntet tatsächlich die woche war irgendwie voll und ich bin nicht wirklich zum pänken oder zu sonst irgendwas großartig gekommen deshalb machen wir da jetzt weiter ich habe tatsächlich auch immer noch nicht drehen so meine osterdeko aufgehangen schande über mich also ich muss mal schauen dass ich dieses wochenende endlich meinen osterkranz raus suche und dann auch aufhänge und am besten das mache ich heute noch weil morgen fahren wir nämlich nach dortmund auf die kreative da freue ich mich wirklich schon sehr darüber dass das dieses jahr klappt ja und dadurch fällt quasi der sonntag mehr oder weniger weg also werden denke ich mal so gegen viertel nach elf halb zwölf auf der krieger kreativer sein und bis wir dann irgendwann wiederkommen werden wird abends wahrscheinlich sein deswegen muss ich das wenn heute machen weil lang ist nicht mehr hin bis ostern ein bisschen anders rücken damit ich auch halbwegs gerade pente das ist ja hier diese geschichte wo die wo das gedruckte halt unten ist und darüber diese acrylplatte und das auch alles hier klebt das habe ich euch im letzten video auch gesagt als ich das angefangen habe zu bringen das hat leider alles kleben also das hier komplett klebt auch das muss alles so gut versiegelt werden wenn es fertig ist ich hoffe ich habe überhaupt noch die chance dass dieses jahr aufzuhängen dass ich ja fertig werde weil leute habe ich auch nicht mehr so viel zeit ich habe noch ein bisschen was im haushalt zu tun und wir haben tatsächlich schon vier uhr und ich muss mir auch noch überlegen was ich kochen möchte da gibt es denn da wollen die einfach nicht auf meinen stift hier drauf ein bisschen formen gerade ansonsten heute war ein richtig tolles wetter die kinder spielen auch noch draußen angenehme temperaturen ein bisschen haushalt habe ich schon gemacht ein bisschen muss ich aber noch machen und dann ist der samstag auch schon wieder um also das gegen heute wieder okay ich bin jetzt nicht unheimlich spät aufgestanden aber so halb neun ungefähr war es dass ich aufgestanden bin der frühstück wäsche gemacht bis in haushalt ein bisschen da bisschen hier naja kann man nichts machen jetzt die restliche zeit sinnvoll nutzen ja ich versuche ein bisschen mit zu filmen morgen ich hoffe das klappt es muss ja schon ehrlich sagen dieses dass das hier komplett klebt das stört mich ja schon das ist irgendwie total blöd so hier haben wir jetzt auf jeden fall alle zwei die gehen erst da oben weiter das würde ich jetzt aber nicht machen ich guck jetzt mal dass ich hier unten was pente wir haben auch sonder steinchen hier den in den blumen hier unten drin gucken ob wir jetzt gleich finden könnten wir die man machen das sind doch alles sondersteinchen hier die neunzehnte können wir auch mit könnten manchmal zuerst machen eben hier ein tütchen fertig 19 und schauen wir mal hier oben haben wir auch 19 überlegt machen wir die jetzt mit nicht sonderlich viel sehen aber ich will die mal eben setzen dann habe ich die da oben fertig er wahrscheinlich hört ihr die kinder draußen schreien ja hier unten ist das könnt ihr auch nicht sehen am fuß hier unten leider eingerissen die folie reißt man immer wieder ein die ist sehr sehr dünn ich muss da eigentlich backpapier drauf machen aber jetzt machen wir erstmal hier unten also das mit der klebkraft also ich finde das total blöde dass das überall klebt ich weiß nicht hatte ich ja auch schon mal so ein ich sag mal so ein großes so ein aufsteller oder so wo das auch so war nur das ist ja hier so ein relativ großes wie auch immer man das denn möchte hier zum aufhängen und es hier wird ja alles nicht gepennt also ich empfinde das als sehr störend wenn da überall die klebkraft ist und da gar nichts zu pinten ist weil man kommt ständig darauf also ich kann doch ständig mit den fingern drauf dann fängt man mal eben hier noch die aber das motiv ist wirklich wunder wunderschön das gefällt mir richtig gut es gab ja glaube ich noch eine andere sache oder einen aufsteller da habe ich überlegt aber dann habe ich mich doch dann hierfür entschieden und es sind auf jeden fall genug sondersteine dabei also haben jetzt alle fertig und diese noch dabei also auf jeden Fall ausreichend die werde ich auch wieder zusammen kippen und werde die dann wenn alles fertig ist mit den straß stein an meine freundin schicken die freut sich immer darüber dann machen wir jetzt auch erst mal hier ja ansonsten der übliche wahnsinn wie gesagt die woche habe ich leider nicht geschafft hier meiner osterdeko zu machen oder hier dran weiter zu penden ich muss aber auch sagen dieses wetter dieses grau in grau was wir eigentlich die ganze woche über hatten wir sagen heute ist jetzt der erste tag wo es mal wieder ein bisschen besser war oder aber gestern auch aber im grunde die ganze woche irgendwie und man 0 motiviert ist und super müde und eigentlich um gott online das kann ich runter doch jetzt und jetzt ich weiß nicht aber das kann man glaube ich nicht in der kamera sehen man sieht jetzt total doch hier sieht man es ein bisschen diesen abdruck dass das da drauf war jedenfalls diesen diesen grau in grau ton draußen und man eigentlich super unmotiviert ist und gar keine lust hat irgendwas zu machen das hatte ich irgendwie die ganze woche ich war auch sehr müde die ganze woche über und war absolut froh dass einfach wochenende ist das sieht richtig hübsch aus noch machen wir auf der seite jetzt auch da oben kommen war das nicht was kann man gucken 18 haben wir hier in den eiern jeweils von kehrt da oben ich bin mir gar nicht sicher ob ich so lange tropfen sind es ja nicht aber so lange schon mal hatte sondersteinchen hier bin ich mir gar nicht so sicher ich hatte ja heute das video von cinema ausgesehen sie hat da eine kooperation ich glaube mit one day saving was und hatte sich ein teilmotiv ausgesucht mit ich kann das war ein straß straß und sondersteiner und sie sagte sie hätte sowas zum ersten mal gemacht ja ich finde es ja richtig richtig cool aus also ich mag solche teil bilder mit straß und sonder zwischendurch immer mal sehr gerne ich habe da schon einige von gepäntet oder so mandalas mag ich auch gerne ich finde immer die machen ein bisschen was ja mit diesem sonderstein so die haben wir auch dann können wir die auch schon umfüllen und ich würde sagen wir machen die anderen sondersteine auf direkt danach nehme ich nur noch normales straß starten so das 18 ansonsten bis auf haushalt habe ich heute so ein bisschen entspannteren tag ein bisschen ruhiger irgendwie die woche ein bisschen abklingen lassen einfach mal ein bisschen bei mir ist halt immer so dass ich am wochenende quasi auch immer das alles nachholung was ich halt unter der woche auch nicht gemacht habe also aufräumen haushalt und so und dadurch dass ich das jetzt alles quasi heute machen muss weil ich da halt keine zeit mehr habe es ist halt so dass ich dann halt auch nicht dann so viel zu den hobbys kommen ich hätte gerne heute hier viel mehr dran gepäntet aber ich schaffe das halt zeitlich nicht und ich möchte heute unbedingt meinen seiten für mich beim assland schaffen da fehlen mir nämlich jetzt glaube noch 13 rein und das möchte ich sehr sehr gerne heute noch machen und was ich ja auch noch nicht gemacht habe ist das osterbild von der nikki von nikis zauber ecke habe ich ja auch noch sondersteine das habe ich leider auch noch nicht fertig gestickt das hätte ich so gerne aufgehangen aber das schaue ich jetzt auch nicht mehr aber ich werde schauen dass ich das auf jeden fall vor ostern noch fertig stecke das ist zumindest fertig ist und ich es dann in ruhe rahmen kann fürs nächste jahr so ich glaube das waren auch schon wieder alle sondersteine also hübsches das motiv hier auf jeden fall es gefällt mir richtig und dann machen wir die die 1 schön wieder runter von der folie her glatt hier von der verpackung was drauf gegangen so tütchen vorbereiten also diese dünnen tütchen die dabei sind die werde ich wohl nicht wieder säubern ich mache das ja normalerweise mit nagellackentferner aber ich denke hier werde ich das nicht machen weil die ja sehr sehr dünn sind die tütchen und wenn man die ein paar mal auf und so gemacht hat dann gehen die auch kaputt aber bei diesen anderen die ich im letzten video benutzt habe da werde ich die wieder verwenden ja schreibt mir gerne mal in die kommentare ob ihr auch solche ostersachen gepaintet habt oder noch painted und wo ihr die gekauft habt ich habe dieses jahr so ein bisschen geguckt wo es was gibt aber ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel gefunden ich war auf diesen ganzen china shop seiten unterwegs das natürlich jetzt auch schon eine weile her aber so richtig fündig bin ich ehrlich gesagt nicht geworden und ich sehe oft halt irgendwie oder zumindest in der vergangenheit weihnachtssachen auf jeden fall und doch auch hin und wieder Ostersachen aber so viel Ostersachen auch wieder nicht also wenn ihr da irgendwo einen tipp habt wo man sowas herbekommen kann schreibt mir das gerne unten in die kommentare da kann ich mir dann vielleicht noch was noch für nächstes jahr aussuchen ihr seht was ja und ich finde dass das funkelt einfach so so schön jetzt schon obwohl ich noch gar nicht so viel gepäntet habe hier dran aber ich finde das sieht so hübsch aus dieses bling bling ansonsten hatte ich die woche tatsächlich aber über richtig bock zu penden also ich habe ein paar mal gedacht so stickbild weglegen und irgendwie ein bisschen das penden an dem bild habe ich dann aber trotzdem nicht weil ich ja noch meine angefangenen bilder hau und ich natürlich erstmal fertig machen muss und ich jetzt auch nichts neues anfangen will zumal ich ja halt auch keinen freien koffer oder irgendwas habe wo ich dann rein sortieren kann ich hoffe ja dass ich allergie bedingt dieses jahr etwas mehr penden kann als letztes jahr weil das war letztes jahr echt blöde meine allergie saison hat ja auch schon angefangen seit januar und dann kann ich halt kaum penden weil mir würde ich permanent die nase läuft und die ganze zeit nur immer taschentücher rausholen muss und dann macht händen einfach keinen spaß das ist einfach so also weiß nicht wem es dann noch so geht wie mir ob das bei euch auch so schlimm ist dass ihr dann auch nicht händen könnt die mehrere jahres wacht die hat so eine wurzel bei sich drin die eigentlich quasi so eine art übergang darstellt vom einstreu richtung sandbad aber sie hat ihr sandbad so zugeschüttet die geht nicht baden mag das nicht und da war sie gerade dran am lagen und jetzt ist am suchen und jetzt hat einen haken geschlagen und weg ist kleine maus und jetzt sich wieder ausgiebig kraulen lassen von mir heute also wir werden hier noch eine ganze weile beschäftigt sein ich befürchte ich werde hier gar nicht fertig mit ob es ostern wäre nur irgendwie schön wenn es so um ostern einfach fertig wäre dass ich zumindest vielleicht zwei tage aufhängen kann das wäre ganz nett aber hier ist doch einiges drauf zu penden und ich habe leider einfach momentan nicht die zeit dafür das zu machen ja mal gucken nächstes wochenende habe ich eigentlich nichts vor nächstes wochenende ist ja auch penden im stream angesagt also es kann sein dass ihr das motiv wenn ihr das video am samstag sieht am sonntag auch im stream seht weil ich nicht fertig geworden bin und ich sehe gerade ich habe jede menge sondersteinschen aber sagen wir kommen ja überall noch die 18 ich habe jetzt leider auch kein weiteres schiffchen hier die sind alle drüben könnt ihr das eigentlich sehen nicht so wirklich ich habe sie hier hingelegt weil ich jetzt hier kein schiffchen habe zum reinschütten noch ich töne hier groß ich mache die sondersteinschen und dann übersehe ich komplett im ei dabei habe ich die suche am anfang gesehen als ich hier mir rausgesucht habe welche ich jetzt mache so 456 7 naja das war aber nichts mit 7 ich habe fast alle ausgekippt also auf jeden fall von diesen sind auch genug dabei braucht ihr euch keine sorgen machen dass die nicht ausreichen würden ich hoffe jetzt aber habe ich nicht noch welche übersehen ja gut ich tue sie mal kurz wieder einräumen das kann auch mal wieder nur mir passieren das ist wieder so und ganz normal typisch rina dass sie einfach mal wieder die helfe übersieht wer zu penden jetzt aber weiter geht es hier ich finde sieht aber sehr sehr schön hier aus also ich liebe ja sowieso glitzer funkeln das ist ja absolut meine welt diamonds a girl's best friend und wenn ich dann hier noch so straß steine drin habe das wirkt immer einfach so so schön mega das gefällt mir richtig gut und dann mal gucken was wir danach penden ich glaube dann habe ich ja soweit diese ja solche sachen halt abgearbeitet was ich jetzt hier gekauft habe ich habe immer noch den nussknacker oder die nussknacker hier liegen die werden wir natürlich auch weitermachen auch wenn jetzt kein weihnachten und kein winter mehr ist aber ich möchte das bitte gerne nächstes jahr weihnachten aufhängen also das wird wahrscheinlich mit einer der nächsten genauso wie auch die indianer dame also die muss einfach fertig werden das nervt mich dass da die steine seit monaten seit ich weiß nicht zwei jahren in diesem koffer eingeräumt sind und das bild eigentlich so gut wie fertig ist wirklich viel viel nicht mehr da ist halt noch ein streifen ich weiß nicht vielleicht ist ja noch zu hoch oder so den ich noch machen muss und dann ist das bild auch endlich fertig und dann kann das im rahmen gepackt werden und kann endlich aufgehangen werden also das ist so das nächste was ich machen werde vielleicht sogar die indianer dame zuerst weil die hat viel fortgeschrittener ist man ist endlich dieser kofferlärm cameroon wartet ja auch noch auf mich also das sind jetzt die projekte die wir dann als nächstes mit abschließen also klebkraft ist wirklich gut da kann ich nicht sagen das ist in ordnung aber diese klebkraft über das gesamte projekt das finde ich nicht gut und ihr könnt es auf gar keinen fall offen liegen lassen und ihr seid auf jeden fall auch gezwungen das zu versiegeln also nicht versiegeln ist gar keine option einfach weil wenn da ein bisschen staub drauf kommt ihr das alles auf der klebefläche habt und ihr das dann nicht mehr abbekommt also wenn ihr jetzt welche seid die normalerweise nicht versiegeln ich weiß ich habe ganz viele leute die versiegeln zum beispiel keine bilder und auch keine karten oder so was und auch keine sticker sondern wirklich nur so spezielle sachen wie schlüsselanhänger oder so was hier müsst ihr auf jeden fall versiegeln weil sonst habt ihr das alles hinterher staubig oder dreck drauf oder so und dann sieht das nicht mehr so schön aus gleich den ganzen stein der falschen drauf geklebt ich würde sagen das eichen hier machen wir noch fertig und dann schneide ich das video auch direkt und platz auch direkt hoch dass es aus dem iphone speicher weg ist damit ich morgen genug speicher frei habe um euch ein bisschen auf der kreativer mitnehmen zu können dass ich euch da ein bisschen was filme aber es sieht schon klasse aus also mir gefällt es richtig gut und es funkelt so so toll kann die kamera natürlich mal wieder nicht so einfach wie sie sollte ich zeige euch das motiv aber gleich auch noch mal so achtet immer darauf wenn ihr sowas findet dass ihr die sonne steine zuerst findet und dann erst den rest damit auch alles noch irgendwo hin passt weil manchmal ist es dann ein bisschen eng und ihr könnt lieber kleine steine reinpacken als dann die großen sondersteine so wollen wir gerade gucken tütchen haben wir vorbereitet die 1 das ist wie ich an der zappsäule die 1 die 1 die 1 sonst komme ich an der kasse an und habe schon wieder vergessen an welcher zappsäule ich getankt habe das punkt ist so schön ich mache das mal eben zu damit man ja nichts weiter vollstaubt und dann suche ich euch einmal raus so ein bisschen mehr raus ich könnte gar nichts sehen so sieht das aus das sind diese super süßen haben hier oben hier und an der anderen seite sind jeweils so kleine lächer drin was ihr das aufhängen könnt und so sieht das jetzt aus also das ist noch richtig viel zu penden wenn man überlegt ich habe zwei videos gemacht insgesamt circa eine stunde nicht ganz gepäntet ja also hier alleine noch oder auch hier und die hasen da oben das ist noch einiges zu machen ja es wird wohl nicht fertig dieses jahr aber das ist nicht schlimm das kann man ja jedes jahr aufhängen und ich finde das einfach super super niedlich also das sieht so hübsch aus ich fand das so schön als ich das bei tini schnickschnack gesehen habe und das musste ich einfach haben ja meine lieben wenn euch das video gefallen hat lasst mir gerne daumen nach oben da lasst mir gerne feedback in den kommentaren da und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten mal tschüss ihr lieben